Wir sind am Weg zur ersten Podcast-Folge mit Chris Carstenholz, Files Advertising. Heute volles Team dabei, volles Podcast-Team. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Wir sind auch alle ein bisschen aufgeregt von der Struktur her, aber wird cool. Willkommen, hi. Schön, dass es klappt. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, bist häufiger Gesprächspartner, bei uns wenn es darum geht, neue Dinge anzuteilen. Alright, dann würde ich sagen, das war's mit Chris Carstenholz, wir waren bei Files Advertising. Filmann, Podcast hat funktioniert, alles so wie wir es geplant haben, gute erste Folge im Kasten. Was sagt die Redakteurin? Richtig gut, das war richtig gut, guter Aufschlag. Hat Spaß gemacht und es werden noch viele weitere Videos kommen. Freut euch auch.